Frech, Junge! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Goat Simulator. Freu! Im Jahr des Drachen. Wir werden aber heute mal ein anderes Tier machen. Schinke-Sie nehmen wir jetzt heute. Genau, wegen den großen Rollschuhen. Sehr gut. Wir sind im... Nein, wir sind im Part des Rihorns. Genau. Oh, was ist denn los? Was macht der? Ich dachte schon, ein Stuhl, aber das ist... Ja, ein Zahn. So, wir waren das letzte Mal mit einem Hippie beschäftigt, den wir noch an diesem Besuch haben. Wir haben zu viel Blödsinn gemacht und zu wenig effektiv gesucht. Aber, und? Nein, nein! Was ist das für ein Gag? Was ist das für ein Gag? Mein Gott! Wir werden gleich mal... Okay. Sehr interessant. Hey, boing! Schade, dass wir so gut landen. Macht's ein bisschen dumm. Oh, geil! Oh, ich bin ein Hippie-Hippie. Hippie-Hippo! Hippograph! Nein, wir sind kein Hippo! Hippo ist ein Hippert! Lol. Was ist das Töne? Nein, nicht Ziegenhasen! Ich bin ja sowieso keine Züge. Aber lass sie nur! Nein! Nein! Hey! 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 So! Oh! Oh! So, Belt hab ich. Schönes Belt, verdammte! Ja, gut, gut, was weiß, 21.2, so, weil das alte Beet, ja, das ist gar nicht dran gewesen, ist gar nicht so spannend, hui, genau, jetzt haben wir hier noch etwas zu machen, stimmt, toll, dass ich jetzt gerade hier gelandet bin, dann weiss ich wieder, was man machen muss, was wir machen müssen noch, oh, ich fühl's mir so schön, äh ja, dankeschön. Damit kommen die abrissbieren, nein, bitte nicht, Zeitlupe und ich kann nichts wegnauen, oh, da oben ist etwas, so, aber Zeit, boah, ist mega verpackt, hier ist die Zeitlupe an, jetzt bitte nicht die Erdtafjagnen, oh, also, ich drücke hier, ja, hab ich ja, also jetzt, Spie, Zeitlupe, ich bin besser, Ich muss, glaube ich, das Auto aufbauen, nein, ich wollte doch die Röhre, nein, hallo, muss, glaube ich, hier auf das Auto, nein, nicht hier unten, runterlassen, nein, wieso gehst du hoch, du dummes Teil? Oh, das ist so mühsam, die Steuerung ist wirklich hässlich, so, wow, jetzt kann man das noch treffen dort? Ich muss noch mehr, ich kann nicht noch mehr rauslassen, also, dort müssen wir hoch, müssen wir hier noch etwas kaputt machen, also, das geht kaputt, genau, und die Autos auch, aber müssen wir hier noch etwas kaputt machen, Schade, dass die Reichweite nicht groß genug ist für alle Gebäude, ich hätte gerne ein bisschen mehr abgerissen, ja, das geht nicht kaputt, okay, egal, also, Hauptsache, ich habe das Auto, ich glaube, das Auto ist wirklich das Einzige, was du eigentlich brauchst, kaputt zu machen, ähm, gibt es halt einfach noch etwas, ja, gibt es sonst wirklich gar nicht, da ist eine Schanze, die Schanzen machen wir wahrscheinlich alle zusammen, also, da habe ich auch noch nicht so viel, ich glaube, ich habe das noch Unterstützung, okay, dann, haben wir hier etwas oben, lol, Ah, ne, in Kotstadt, habe ich das richtig gesehen? Das ist doch eine Kot, nein, das sind irgendwelche Polen, oder? Also, ja, vielleicht müssen wir doch ein bisschen noch uns umwandeln, wir sind ein bisschen zu dick, eh, nicht so gut, also, hier hoch komme ich wahrscheinlich noch, die Reine, hey, ich wollte nach vorne, nicht nach hinten, so, was haben wir denn hier? Ah, Bauer und weiterhengen, Schutzhelm, wie ist er denn nach oben gekommen? Stehen, man muss das gehen, und wo? Es ist automatisch der Helm, kommen die Sachen runter, go, Statue, nein, also, komm, das ist zu nervig, ja, gut, ist auch nervig mit der Ziege, aber, ein bisschen manchmal, im Part, die, goldenes Fell, wow, Edel, ah ja, dieser Betonmescher, genau, oh boy, boing, 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 ja, da Hennen, wie Harder Miesen, so, wunderbar, ähm, ich möchte nochmal zu netten ischen, zuerst will ich aber gucken, Ist das Free-Lifferenz? Ich glaube, das ist Free-Lifferenz. Wer fängt die Innere runter? Huuuui! Koin! Er ist doch nicht ganz vom Gebäude. Äh, wir wissen nichts mehr. Aha! Lieber Entwickler, hä? Ist jetzt nicht gerade so richtig platziert worden. Kann mal passieren. Das kann mal passieren. Das kann mal passieren. Aha! Und hier ist auch noch mal ein Spielchen. Hier ist nichts. Okay, sehr interessant. Königst ist... Ist irgendwas? Vielleicht ist irgendwas? Also schon. Königst Kloon! Nicht schon fotografieren diese Töten. Ah! Das werde ich schon... Ist das auch eine Chance? Ja gut. Und hier oben... Ist... Nix. Okay, dann gehen wir wieder rüber. Jetzt sind wir halt halt nicht mehr golden. Aber... Wieder ein Part des... Riehhorns. Genau. Das... Nix. Wenn ein Riehhorn eigentlich Nashorn bedeutet, ist dann Riehhorn. 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 Kann man da irgendwas dran machen an der Glocke? Ja, man kann sie... Man kann sie sogar wegschlagen. Und? Nein! Zurück! 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 Na boah! Mann! Du blödes Item! Ich... Ich... Ich tu dich... Ich tu dich deinstallieren, du dummes Item! Wegmachen. Blödes Item heisst blödes Item. Äh... Okay. Au! Komm! Jetzt geht es leider nicht mehr so gut. Ey! Wieso geht das jetzt nicht mehr? What the fuck ist das? Wie verpackt ist es? Unendlich. Ah! Wir wollten ja zu den Aliens. Über die Aliens drüber. Ah! Kommt man hier zum Schiff? Nö! Wir werden... Wir werden ganz woanders hin teleportiert. What the fuck? Going on! Was hätte mich hier noch zu machen? Also die Baustelle ist ziemlich fertig, denke ich. Dann vielleicht noch etwas... Genau hier unten waren wir auch schon. Mal kurz runter schauen. Ey! Jetzt weiß ich schon Wildschwanz. Ist nix mehr. Ah, müh. Ich will da... Wieder da rein. Komm ich wieder da rein. Hahaha! Wie passt... Hahaha! Wie... Wie passt so ein Wildsch... Nicht Wildschwanz... Wie passt so ein... Na... So ein... So... Wie? Nein, nein! Mein Kopf ist... Irgendwie... sah es... Na... Umm... Komm... ch... cues... Mal... meinen Kopf... 點... Au... Au... Da close ich.. Gehen wir rein? Komm wir schaffen's rein! Wie schaffen es Reihen? Bitte Geh, Reihen! Bin ich schon ein bisschen. Der Hamburger ist am Reihen. Und Lauchka Rollenspiel selber. Und die T5. Ja, wir sind bald drin. Brrrrrr. Wrecki, Wrecki, Wrecki. Nein, wir sind wieder rausgeflogen. Wie geht Anizeros herein? Es fahrt sich rein mit den Zerweihörnern. Ja, easy. Hopp. Kuckuck. Kuckuck. Jetzt als Mensch oder als... Hallo, ich bin der Stroh. Ich bin der Stroh dumme Stroh-Manny. Ich bin voller Stroh. Muss jetzt wieder rein. Oh, ich komme auch nicht rein. Hm, das kann ich mal. Geil, ich komme rein. Hallo. Na gut. Du hast mich nicht reingelassen. Hier ist ja gar nichts. Heute ist das Jahr der Vogelscheuche. Genau. Ich könnte so voll Rage-Mod spielen mit dieser Vogelsche. Horror. Horror. Guten Tag Frau. Oh. Guten Tag. Sie haben Hörner? Sind Sie irgendwie verwandt mit mir? Hallo. Ich habe auch Hörner. In den Augen. Boing. Ich muss andere Hörner haben. Sonst habe ich noch Hörner. Das ist nicht so gut. Oh, Waffelhörner. Oh je. Das passt. Geil. Ich habe Waffelhörn. Boing. Also. Jo. Also sind jetzt gerade hier nichts mehr. Hier sind wir schon gründlich gewesen wahrscheinlich. Hier unten vielleicht noch alles. Äh. Die Schirme sind hier nicht ganz. Greilig. Es ist cool als Menschen. Also nicht ganz Menschen. Simulator herumzuspielen. Das ist so geil. Oh ja. Das ist ja geil. Oh hier ist doch noch ein Tape. Das sind einfach, ja. Das ist ja nicht so interessant. Da war es. Man muss ja das richtige Tape finden. Was macht das fast? Es ist irgendwie ein Game gewählt. Es gibt bald ein neues Half-Life. Half-Life X wurde angekündigt. Ja. Das passt ein bisschen dorthin. Weiß ich also. Also dieser Tape. Ah. Und bei Resident Evil, glaube ich, gab es auch immer diese Feuerstellen. Oder zum Wärmen. mit irgendwelchen Obdachlosen. Obdach. Obdachlosen. Gut. Ähm. Jo. Wer ist hier im Busch drin? Ich pack mich selber selbst hier rein. Was ist das für ein Spiel? Man packt sich überall rein. Wer hat hier im Busch gelebt? Ah, verstehe. Das ist Mari und Anna. Ich verstehe. Okay. Die Entwickler haben wieder ein bisschen Humor bewiesen. Wie könnte das sein? Diese Seite. Hm. Hier kann man auch nicht rein irgendwie. Ich will hier hoch irgendwie. Hm. Ah. Todt mir leid. Wegen der Toten drüber stören. Ist wirklich eine Leiche drin. Sorry. Haha. Wollte ich eigentlich nicht. Ich habe es erst zu spät gesehen, dass es ein Grab ist. Äh. Eine. Sack. So. Ähm. Boah. Ist ein Gestalt. Ey. Jetzt wart ihr mir im Weg. Jetzt müsst ihr mir nicht noch. Boah. Boah. Blitz vorgestreiche. Los. 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 Wie schnell ist einfach mega. Ein bisschen Blitz und. Boah. Wie immer schnell alles espariert. It's burning man. Halleluja. Au. Song ist fertig. Haha. Wie im Krankenhaus. Gut. Ähm. Boah. Sechs wird hier. Alles ist schnell. Haha. Gut. Verdeckte. Verstecktes. Konsortium. Oh. Das erinnert mich an. Äh. Ding. So. Muss ich mir über den Namen weissen. Wissen. Gut. Fuiiii. Keil. So. Also. Ich bin jetzt gerade nicht so am denken. Ähm. Ja. Diese ganz beliebte Serie. Also Filmserie. Au. Okay. Hier waren wir nämlich schon. Jetzt kürzlich. Was ist das eigentlich? Diese Röhre. Ähm. Okay. Ah. Muss ich jetzt das wirklich nochmal. Das Ding. Das habe ich erst kürzlich gewusst. Weil ich es nochmal schauen wollte. So. Ohja. Das mit Ico zu bezüglich. So. Also. Das haben wir auch noch. Und dann. Tue ich mich kurz. Ein bisschen ruhig halten. Damit ich nachdenken kann. Ähm. Hm. Hier ist auch nichts. Das ist so ein Ding. Das ist ein Samen. Schleim. Schleim. Aha. Huah. Ja. Ja. Hier waren wir auch schon drin. So. Also. Dann. Wir gehen nochmals hier rein. Ah. Ich wollte ja nochmals zu diesem Betonmischer gehen. mal kurz hier rein. Wenn es geht. Wenn es geht. Wieso geht das nicht? Ah. Man muss dann lecken. Hä? Hahaha. Automatisches. Hahaha. Ich mache jetzt gerade nichts mehr. So. Mit Luft anlieb geht alles. Also. Oder mit Siege. Wieso kann man hier nicht dran lecken? Boah. Das war heftig. Ui. LOL. Habt ihr gesehen wie lange ich war? Yay. Wieder. Ja. Hahaha. Dreimal schon in die Luft gejagt worden. Ah. In diesem Part. So. Also. Hier haben wir auch nichts mehr. So. Ich bin immer noch ein bisschen am Nachdenken. Aber ich finde es wahrscheinlich nicht mehr raus in diesem Part. Aua. Also. Aber einen Namen. Ähm. Von einem blöden Dödel. Haha. Eigentlich einen sehr effizienten Dödel. Auftragskiller. Gut. Ähm. Ja. Das war auch. Ja. Das war irgendwie. Geh mit einem Date ins Kino. Okay. Das mache ich kurz nicht. Das ist ein bisschen alt. Am Strand haben wir doch ein Date, oder? Ah. Dann ist es aber. Das ist wahrscheinlich dann weg. Ich bin immer in die Richtung. Haha. Sei denn Mann. Ida. Metallica Fan. Hopp hopp. Hopp hopp. 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 Wo ist das Kino? Das ist nicht das Kino. Da ist das Kino. Das ist nicht das Kino. Dort ist das Kino. Yay. Geschafft. So. Wo ist das Kino? Wo ist die Kino? Wie ist das Reef? Wo ist das Way of Mario Party? Genau. Raef Fest? Oh schaff ich machHarry. Ah nein. Da unten war ja noch dieser Shop, also ja, ist es ein Sushi, okay, das ist jetzt das Wesen. Meine Güte, ich schaue viel zu wenig Filme, ich muss endlich mal wieder mehr Filme schauen. So, wir gehen als Rizeros. Oh, ich bin im Potwal, ich sprühe Wasser aus meinem Rücken. Was hast du wieder gemacht mit mir? Wo ist die Frau hin? Ist sie in die Luft geflohen? Oder unter die Erde? Es tut mir leid, ich bin gestolpert. Also, wir müssen unbedingt in einem Park noch diese Sachen machen. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Map. Da haben wir noch die Missionen. Da haben wir noch einen Kurator. Was ist das? Freies Geld. Hm, wahrscheinlich auch ein Banküberfall. Umzugshelfer machen wir in einem Livestream. Praktizieren der Seelenklemmten, da müssen wir noch machen. Kochschule. Schweden baut auf. Wagt ein Maulwurf. Bauer hat Talent. Und wie es gemacht wird. Ah, da unten auch noch Ei knacken. Von der Dauer könnte ich jetzt mal kurz noch mal das Ei machen. Deshalb müssen wir hier auch noch mal kurz den richtigen Hut finden. Da. Ja, so ziemlich in die Richtung. Ach komm, mit dem Motor. Mit dem Polizeiauto, genau. Sehr schön. Immer noch ungefähr in die Richtung. Oh, jetzt macht das Fahrrad hier mal. Und jetzt so langsam eher in die Richtung. Jetzt sah es, als würde es immer in der Innenstadt sein. Jetzt wird man zum schneller. Aua. Boah. Heftigste. Da, irgendwo. Noch ein bisschen weiter, denke ich. Ja, gehen wir noch weiter. Boah, der Baum. Den hat's gut geöffnet. Immer noch in die Richtung. Gut, dass wir noch im Auto blieben. Äh, irgendwo hier? Ist ja bald das Ende. Wo ist das Ei? Ohohohohohohohoho. Ohohohohohohohoho. Ein Floss da oder nicht? Au, Alter, du hast mich noch umgenickt. Da darf ein Floss? Ah, das tut angeln. Das habe ich gar nicht so richtig schnell erkannt. Oh, komm schon. Du Wildschwein, du. Ach komm, müssen wir mal wieder nochmals kurz. Oh geil, wir sind ein Osterhase jetzt. Osterhase. Großes Ei auf kleiner Insel. Oh. Wack, Manni. Wir haben einen Bug. Ey, geil. Das ist eine gute Idee. Wir haben Buggy, Buggy, Buggy. Wie das ganze Spiel ja so Buggy ist. Oh, da haben wir noch ein Bug-Item, was uns ein bisschen komisch im Wasser rumwirbelt. Ja, währenddessen... Okay, hast du mir das. Ist das irgendein Hotel? Melonen, wir haben überall Melonen. Oh, nein. Ui, oh. Wie schnell alles bündelt mit Stein verletzt. Oh. Oh. Wir müssen aber unbedingt noch da unten hin gehen. Aua. Lass mich doch einfach kurz teleportieren. Geht es nicht? Ah, hier geht es nicht. So. Dankeschön. Oh. Oh. Genau, wir nehmen hier Rasenmäher mit. So. Ui, 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 ui. Oh, boim. Ui, oladoladoladolada. Oh. Hydrant und Rasenmäher. Oh, das ist doch noch nicht. Haha. Sie koschen miteinander. Rasenmäher in die Feste. Rasenmäher in die Pizzeria. Ich habe einen Rasenmäher dabei. Ich habe einen Rasenmäher dabei. Essen Sie gerne Pizza. Ich kann Sie für euch Rasenmäher. So. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich komme nicht noch für mich. Komm, wir gehen wieder raus Rasenmäher. Ist mein liebstes Ding. Ja, nimm den auch noch mit. So. Oh. Also wir wollen nochmals in den Betonmischer gehen. Also Betonmischer ist der grosse, das Auto. Aber der kleine ist eigentlich auch Betonmischer. Wenn die kleinen in die Kommentare sagen. Betonmischgerät. Ein offizielles Betonmischgerät. Wie cool. Okay. Wir kommen jetzt gut hier. Äh. Wir sind auf dem falschen Gebäude. Ja gut. Wir sind ja gleich am anderen. Wow. Irgendwie hat... Ja. Sind wir ein bisschen reingeglitscht. Zufällig. Hoch, hoch, hoch. Oh. Nicht so rüber. Jetzt müssen wir noch wieder dorthin. Und wir haben den Ding verloren. Mann, ich will Rasenmäher haben. Ist er noch dort? Oh Gott. Oh. Wo ist der Rasenmäher? Da unten. Okay, Rasenmäher. Nicht wieder in die Richtung. Meine Güte. Oh, jetzt sind wir aber sehr viel weiter. Okay. Nochmal. Nochmal. Aha. Dank dem Betonmixer. Ah, schön. Jo. Wir nähen uns. Also wir haben jetzt irgendwie 50% oder so. Das kann ich nicht mehr haben. Wir nähen uns langsam dem Hund. Gibt es überhaupt 100? Oh, jetzt ist es hoch. Oh, schön. So, jetzt schauen wir noch kurz uns hier einfach um. Ob wir noch etwas hier am Rande haben. Vielleicht in diesem Busch, der im Stang steckt. Das ist so ein Warn sogar. Ich sehe ja auch nicht so viel. Aha. Ein Bug. Cool. Ein Durchsichtigkeits-Bug. Ein Stein, der durchsichtig ist. Oder mehrere Steine. Hier unten haben wir nichts. Ja, es ist hier eigentlich nicht mehr so viel wie möglich. Könnte mich, ja, irren. Aber... Ja, gut. Oh. Da ist noch ein Laden. Aber da waren wir ja... Äh, ja, danke. Ach komm. Dachte ich nicht. Ich glaube, den Helm muss ich ausziehen. Ähm. Diese Maske. Wo ist der Kopf? Ja, nehmen wir die Ziegenmaske. Wir sind... Wir sind ja keine Ziege. Wir brauchen eine Ziegenmaske. Aua. Das ist wirklich nichts Sinn. Aber wir sind gut reingekommen. Da muss man zuerst mal reinkommen, ne? Und wir rollen wieder raus. Also. Einfach kurz hier nochmals umschauen. Ja, ja. Ich weiß das. Hier waren wir noch nicht viel. Ich weiß gar noch nicht. Ja, eins sind von 32. Das ist schon mal fast fertig. Nicht ganz, aber fast. Können wir hier rein? Das geht raus. Ah, hier geht's rein. Boing. Hahaha. Was macht der hier oben? Weil unten ist doch das Pauling. Schade. Tschüss, crazy. Are you serious? Nö, ich bin nicht serious. Ich bin nicht da serious. So. Mein. Aha. Ah. So ist das gemeint. Wir kegeln uns mit dem Abdruck. Also mit dem Luftdruck. So. Ähm. Aha. Schuhe. Bowlingschuhe. Können wir damit rollen besser? Das sind ja Bowlingschuhe sehr. Ist doch ein paar Kalle. Äh. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich hab gewonnen. Ich hab mich selber reingekickelt. Äh. Pokal. Äh. Ich hab Pokal verloren. Hahaha. Kaffeemaschine verdoppeln. So. Okay. Oh, coole Frisur. Die sind irgendwie in einem Club. Habe ich das Gefühl. Okay. Hier ist auch geil. Hier drin. Oh. Da ist ja auch das Ding. Ist das ein Schwitz? Ja. Ist das eine Mission? Ist das ein Langsatz? Ist das ein Langsatz? Ja. Die muss schnell rollen. Nein. Ist das ein Dragon Ball? Hahaha. Ich hab nen Wunsch frei. Ui. Geil. Jo. Okay. Passiert nichts. Tschüss. Zusammen. Äh. So. Hahaha. Dankeschön fürs Fernsehen. Tschüss. Tschüss.